Weiß wie er heißt, wundert mich grad selber. Da oben dürfte jetzt auch nirgendwo sein. Also hier irgendwo auf diesem Weg. Ich weiß gar nicht, warum der so schnell ins Bett rennen wollte gerade. Oh, ein Butler. Wo ist der? Du hast ihn umgebracht. War das nötig? Mich wundert, dass du noch nicht rennst. Oh, oh. Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Ich glaub, ich hab keine... Ich hab keine Bolzen mehr. Okay, Kleiner. Das tut mir echt leid um dich. Aber ich werd dich metzen. Hä? Sag mir echt nicht, ich hab keine Bolzen mehr. Das geht jetzt gar nicht. Ich glaub, ich werd zuerst mal zu Scorpio rennen und ihm alle Bolzen abkaufen. Und alles Erz. Er hat kein Erz. Außer er hat doch noch Erz von mir. Das kann ziemlich möglich sein. Ich hab echt keine Bolzen mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ja, geht doch. Ich hab doch noch Bolzen. Das hat nur gefällt vorhin. Aus irgendeinem Grund. Oder ich hab die gerade im Schatten abgenommen. Oder den Butler. Aber beides sehr unwahrscheinlich. So, ich glaube nicht, dass hier noch jemand lebt. Ich denke, ich hab jetzt alles. Also können wir das Tor öffnen, bei dem Diego rumsteht. Wir können ihm ja dann gleich mal Bescheid sagen, dass das Treffen erledigt ist. Dass das mit dem Treffen erledigt ist. Das Esam, öffne dich. Fick dich, du blödes Ding! Ach, Mann. Nochmal. Scheiße. Okay, versuchen wir das Nordtor zu öffnen. Ansonsten müssen wir uns wohl doch hier raus teleportieren. Aber wir müssen noch Gravus Feuerstelle benutzen. Ich hoffe, wir schaffen es vor 8 Uhr alles rohes Fleisch zu braten. Aber dabei müsst ihr nicht dabei sein. Ich mach das mal wieder ohne euch. Ach, mir fällt noch was ein. Dieser Keller. Für den ich von Gomez Entschlüsse gekriegt hab. Netterweise. Dieser Keller, der steht frei, ne? Äh, Quatsch. Was hab ich eigentlich? In dem Keller war ich noch nicht drin, meine ich. Und den hab ich noch nicht ausgeräumt. Hey, Grimm ist tot. Und das heißt, das muss ich noch kurz mit euch zusammen machen. Und ich versuch... Ich hoffe jetzt, dass das Ding aufgeht. Boah, fahrt doch zu, Herr Leagard. Das ist ein Mixer. Mixer. Ach man, nee. Ich kann hier nicht raus. Ich bin hier echt eingesperrt. Außer ich spring raus und... ...mach dann durch Seitwärtsschritte den Fall. Ungeschehen. Aber das wird cheaten. Ich mach's nicht. Ich hab's... Ich mach's nur immer, wenn mir... Ich mach's nicht. Und in dem Moment... Oh, cool. Ich hatte nicht mal einen Schlüssel für die Tür, denn die Erzbrocken hier hätte ich sonst sicher eingesammelt. Oh, ich komm mir aber echt so vor, als wäre ich hier schon mal drin gewesen, der der Erzbrocken eingesammelt. Ist aber offensichtlich nicht passiert. Zuerst halt dann... Naja, nee. Ich glaub, hier war ich echt noch nicht. Ich hab noch nie so ein Skelett mit drei Pfeilen in sich gesehen. Alter, wer war... Wer war denn hier drin, der hat sich abknallen lassen? Ah, mein Opfer. Selber schön, wenn du versuchst, die Erzbarone zu bestehen. Kann ich mal den Pfeil haben. Dann halt nicht. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Alter. Wer zum Teufel rammt irgendeinem Kerl eine Blutschneide... ...in die Brust und lässt es auch noch stecken? Ich mein, so schlecht ist die Waffe doch gar nicht. Gut, Innerstown ist natürlich besser. Schling. Und Oriziel ist später auch noch besser. Aber Innerstown sieht echt cool aus. Schon eine interessante Waffe, find ich. Äh, okay, da unten ist der Kerker. Erzähl mir nicht, dass das hier alles... Ist das alles? Ist das echt alles? Das war dieser tolle... Wozu hab ich denn den Schlüssel geklaut? Für eine billige Blutschneide? Fünf Erzbrocken, ein paar Pfeile, die ich nicht benutzen kann? Okay, das ist scheiße. Dafür hab ich kaum was umgebracht. Für nichts. Gut, okay. Ich glaube, oder... Oder war mit dem Keller was anderes gemeint? Naja, eigentlich ist es scheißegal. Ich hab eh viel zu viel... ...Zeug. Okay, ich brauch nix mehr. Ich hab zu viel Erz, ich hab zu viel... ...Krusch, den ich nicht brauch. Ich hab von allem zu viel. Ich brauch alles nicht mehr. Aber was ich brauche ist... ...gebratenes Fleisch, weil es einfach cooler aussieht als rohes Fleisch. Mit anderen Worten, ich werde mich jetzt hier um... ...ja, 259 gebraten, hab ich schon. Um 268 rohe Fleischstücke kümmern. Und dann werde ich vermutlich genau hier wieder aufnehmen. Glaube ich. Vielleicht werde ich... Nein, ich werde genau hier wieder aufnehmen, würde ich sagen. Dann teleportiere ich mich mit euch zusammen irgendwo hin und mache Party. Oh, das ist so cool. Alles gemeistert und so. Ich meine, okay, so cool ist es nicht. Aber es ist irgendwie trotzdem cool. Vor allem die Schutzwerte. Schutz für Waffen, 125. Egal, ich glaube schon wieder zu viel. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen grillen und so. Und ein paar Bierchen dazu trinken. Ich meine... Oh, guck mal. Ich hab sogar 305 Reisteile da. Und Reisschnaps, 267 Wein. Und sechs Starkbier hab ich auch noch. Und 278 Bier. Ah, was will man mehr. Also deshalb... Ich spreche gerade schon wieder, ich Idiot. Deshalb macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.